Hast du mitbekommen, wie Knossi auf der Bühne ausgerastet ist? Knossi hatte so einen Live-Podcast-Auftritt und auf einmal boot ihn das Publikum komplett aus. Er rastet richtig aus und die verlassen so mega schnell die Bühne. Ja, okay. TV Movie hat auch schon da Artikel geschrieben, so Knossi rastet auf Bühne aus und so. Ja, klar, direkt draufgestürzt. Direkt draufgestürzt, alle Medien. Und ich war ja aber vor Ort und hab das alles mitbekommen, was eigentlich passiert ist. Und zwar war das so, dass die ein Duell gemacht haben und noch eine Bestrafung gebraucht haben. Der Agent ist jetzt so, dass es so mega der Skandalauftritt ist. Und ihr rastet aus, ich schreie zurück und sag, dann macht doch euer Scheiß alleine. Und ihr postet auch alle TikToks und sowas davon. Ist übel viral gegangen, Medien direkt draufgesprungen, hat perfekt geklappt. Ja, entertaining Gott, Alter, Knossl.